Urdhva-Sana ist die nach oben ausgerichtete Stellung, auch aufrechter Haltung genannt. Es gibt sie in zwei Variationen. Bei der einen stehst du gerade und hebst dann die Arme hoch zur Decke und versuchst die Fingerspitzen immer höher zu geben. Du greifst nach den Sternen, du greifst nach dem Himmel und Urdhva weit nach oben. Mit dieser Bewusstheit kannst du dir auch vorstellen, dass du die Wirbelsäule auseinanderziehst und so Raum schaffst für die Zwischenwirbelgelenke und für die Bandscheibe. Eine zweite Stellung, die Urdhva-Sana bezeichnet wird, wäre von hier Arme nach hinten geben, die Handflächen nach oben zur Decke zeigen lassen und dann ist es Urdhva-Sana, die nach oben ausgerichtete Stellung. Du öffnest dich für die Kraft des Himmels, du öffnest dich für allen Segen, der von oben kommt.